Okay, jetzt müssen wir das Gute ausdenken. Okay, what the fuck. Was nehmen wir denn? Oh, jetzt wird es spannend, okay? Das wird lustig. Keine Ahnung. Wenn ich nur vier Sekunden Zeit habe, dann wird es schwer. Okay. Okay, wie mache ich das denn? Okay. Ah, nee, Quark. Nee, Quark. Nee, Quark wirst du mich nicht malen. Was ist das? Ähm, Tü-Tü-Tü-Tü. Okay. Okay. Ein bisschen mit Formen arbeiten. Sehr gut, Rilly. Schön, dass du da bist. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Tü-Tü-Tü! Mm. ja es muss noch das wichtigste zu meinen wenn irgendwo eine linie nicht ganz so ist jetzt ist wieder knicken ob ich das in der zeit jetzt schaffe ich habe das wichtigste noch nicht gemalt wir haben zwar kein druck aber das ist mein welt kommt wahrscheinlich nicht durch das muss ich noch den ich muss andersrum malen ich versuche das sieht falsch aus okay machen wir da sonst irgendwas hin eigentlich müssen wir nicht mehr viel machen aber ja nichts ich versuche das noch das ich in meiner blase gott sieht das hässlich aus ich möchte ich als kissen haben trilly redwort ich glaube ich glaube ich glaube deine deine frau beziehungsweise freunde die fände ist wahrscheinlich nicht ganz so geil so ich bin auch fertig was sieht so aus gleich was wir haben gerade frisch eine neue runde angefangen trilly letzte runde war schon klasse wir haben schon wirklich tolle zeichnung auch wieder mit dabei gehabt und einfach gute sachen ich glaube ich weiß auch nicht die hier geht das ist ja ich habe so viele sachen wieder aha ich glaube das wird gut ach das ist auch noch an gut dass ich gegoogelt habe muss das kugeln ja weil ich nicht genau wusste wie die figur aussieht am ende hat alles die figur war alles ich kann mir holen ins bett legen was ich will da meckert niemand okay sehr schön das klingt das klingt sehr gut und gleichzeitig ein bisschen traurig ich kann in meinem bett machen was ich will da meckert niemand ich weiß nicht ob das immer da rät aber ich habe das gezeigt was oben dran steht das ist die aufgabe aber das ist das interpretations sache weißt du ob alles oder jeden das muss wenn der trilly das gut verkaufen kann was ist happening okay ja ich sehe was ich da habe ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig sehe okay das muss ich jetzt kugeln okay wird es immer noch schlimm dass man in die sachen einfüllen nämlich genau den falschen im kopf gehabt okay du bist ja noch nichts was ich googeln musste ist interessant man sei glücklich dass du nicht googeln musst so man erwartet ich will dich will ja geht's jetzt will ich doch wissen also muss jemand auch googeln genau ja das erinnert mich eher dass ich das fast dreidimensionär aus wie man das ding jetzt noch dahin so vielleicht ich mal immer bären hier das ist doch nicht wahr es geht im kirmlichen bär ich kann nur bären malen aber jetzt wird schwer man kriegt das kriegt das aus dem ausländigen gott das sieht das ist alles schrecklich aus ich glaube hier kann keiner richtig zeichnen das gelogen ihr könnt einige richtig zeichnen ich wollte es auch gerade sagen nee ich zumindest das ist wirklich schrecklich ich glaube es gar nicht dass ihr schlechtere bürger hat als ich stopp für halbträume stopp für halbträume das übertreibt man jetzt so wenn ihr gleich mal meine zeichnung seht dann ist das da muss ich einfach bemühen hier das kriegen alle hin auf geht's zwerge muss er über dich hinaus wachsen das ist der perfekte zeitung dafür bei dem spiel ja ich habe nicht die zeit um nicht hinaus zu wachsen hier in dem spiel easy wenn man eine katze zeichnen will und es aussieht wie eine nacktschnecke kenne ich kann ich auch sehr gut wenn sie meine berühmten sprichblasen hier noch machen ich habe keine ahnung mehr ich habe keine ahnung mehr sieht das wirklich so aus? Kontrolle ja ja ist so zwischendrin ist das mal gar nicht schlecht ja ne ist klar sagte sie und schon ja und sofort drauf gedrückt und du drauf gedrückt ja ist nicht klar ich bin doch nicht so jetzt jetzt tut es mir der nächste leid weil jetzt muss ich schnell machen ist schön ist schön wenn die wenn man genug zeit hat sagte sie und schon ja los ging es mit der zeit darf man was anmerken Lim du darfst du darfst immer was anmerken ja habe sie davon weiß ich dass die füße dich stimmen was will sie denn anmerken unwahrscheinlich keine ahnung unwahrscheinlich habe ich einfach doch ein teil verpasst ja hey selina grüß dich so jetzt mit keiner uuuuh uuuuh ähm das ist einfach oh ok aber auch gut nice oh das ist toll gemacht naja sehr schön das telefon schon wieder alles klar ist für dich les sehr cool das war eindeutig nein ich war nicht ganz fertig scheiße hä was ok oh fuck wie soll ich das denn machen ok 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 leute die es nicht wüssten die müssten jetzt googeln aber wie kommt ihr auf die idee ihr kommt auf ideen das ist echt ich hab für ein bisschen ok wieso immer katzen wieso immer katzen wieso weil die so leicht zu zeichnen sind wahrscheinlich haha wahrscheinlich ja oh man ok wie kriegt das denn hin ja denn jetzt musste ich einfach neue haustiere besorgen haben wir mehr zu malen haha das ist der trick ja ja nein ok 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 ich komme zu so jetzt ist wie das für taus hausten wie sieht die robur aus wie das aussieht das war nicht so wirklich an vom klotz mit dem schild um und auf ich weiß viel gott sieht das gruselig aus gruselig hört sich lustig an gruselig hört sich an nach ich versuche was süßes zu malen und es sieht aus wie aus der horrorgeschichte ich kenne kein englisch ich hoffe es ist richtig obwohl ich sogar schon abpause halbwegs ja ich versuche es aus dem gedächtnis zu zeichnen das ist eindeutig die falsche idee ich dachte das tut man so bei diesem spiel nicht verkehrt ja okay und da war das noch hier irgend sowas und dann irgendwie so noch oder ich glaube das reicht aber wie mache ich das andere die es kommt etwas anderes bei uns aber Oh je, oh Schreck. Mir tut die Person leid, die das jetzt kriegt. Einfach das malen, was du siehst. Es tut mir leid, dass ich für kommende Albträume verantwortlich bin. Was für Albträume das ist. Nein, nein, nein. Oh nein. Ich kann nichts mehr behaupten. Ich kann nichts mehr behaupten. So. Nicht bei Gott, ich fuhre. Oh Gott. Wir haben nur Angst. Was zum Henker? Okay, den ein... What? Oh Gott, das sieht wieder aus, als ob jemand den Buchstaben vergessen hat. Okay. Ja, ja, wie heißt der? Also das hätte man nicht dazu schreiben müssen, in Klammern, aber... Äh, ja, okay. The fuck. Vielleicht ist es auch richtig. Ich habe es in Klammern dazu geschrieben, weil mir bewusst wurde, dass es da eine gewisse Verwechslungsgefahr gibt. Aber du hast Lachen dazu gepackt, äh... Jetzt kann man noch beschreiben. Ich bin gespannt, ey. Das ist eindeutig, das ist für mich das Symbol. Oh, das ist... Sorry. Ähm... Ähm... Äh... Hä? Alter, Leute. Okay. Was ist das? Okay. Das ist... Das ist... Das ist 100% nicht das, was anfangs da stand. Das denke ich mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ich... Das merkt man auch immer gut an dem WTF in Klammern. Ja. Äh, das... Ich... Äh? Ich glaube, was das, was ich... Äh? Ich habe keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Ähm... Ob ich das überhaupt zeichnen soll. Äh, ich habe schon mal eine Zeichnung gemacht und dann geschrieben, kein Dildo. Also daher... Ich jetzt... Ich habe... Ich ist... Ich glaube, du hast das, was ich gerade geschrieben habe. Ich habe mich gefragt, ob ich das... Ob ich das schreiben soll, weil es ist... Hast du am Ende in Klammern WTF geschrieben? Offensichtlich, ja. Dann ja. Ich habe mich gefragt, ob ich das schreiben soll. Das ist... Das ist... Aber offensichtlich... Offensichtlich war es das. Das ist... Ich habe das daraus erkannt. Nee, der hat die Grüne. Ich weiß nicht, wie ich so... Ich mache einfach ein Strichmännchen. Das wird gerade viel zu hässlich. Es gibt jetzt auch Albträume hier. Was ich male. Oh, Schreck. Ich kann so nicht zeichnen. Das ist so frustrierend. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie der... Sorry, wenn ich das hier wirklich... Das ist gut oder falsch mache. Ich kriege mal das, was ich jetzt sehe. Doch? Ach, da muss ich auch noch... Der ist doch... Alter, dass immer dieser eine Pixel nicht zu ist. Ja, das ist so geil, ne? Okay. Jetzt mal das tun hier. So, kann doch ein Hammer sein. Ja, ist das schön. Was ist denn, was ist jetzt hier noch? Sorry für die Albträume. Ich habe die ganze Zeit die Musik davon. Okay, das eine Wort ist nicht ganz rübergekommen. Das drückt es aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das besser zeichnen soll. Ich auch nicht. Ich habe leider ein bisschen zu viel Spaß gerade. Okay. Hatten wir es noch irgendwie? Ach, ist jemand der Kind? Na ja. Was sind das für Geräusche die ganze Zeit hier? Nein, in der Fresse. Also, ich entschuldige mich auch. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich entschuldige mich auch. Ich auch. Ich dachte, ich erzähle mir das besser, aber nein. Ich... Red ist so ruhig. Ich weiß nicht, wie ich das besser hätte beschreiben können. Das ist definitiv nicht das, was am Anfang hingeschrieben wurde. Ja, das ist alles nicht. Oh weia. Hör auf mit dem... Schmütze. Schlürfe. Ach scheiße, wie süß ist der? Jetzt kriege ich einfach von dem Schlürfe hier. Oh nee. Was? Oh Gott, was? Was zur Hölle? Ich entschuldige mich jetzt schon. Es ist geil gezeichnet, ich kenne aber den Namen nicht. Ich... Ich habe keine Ahnung, was ich hier sehe. Ich habe alles... Was? Ehhh... Cheat. Ok. Ich weiß nicht, was das hier oben ist. Ok. Ah. Das muss ich jetzt auch mal googeln. Ok. Schwierig. Was hat er da in der Hand? I don't know. Was ist denn das? Kommt das von mir hier oder kommt das aus dem Spiel? Ist klar. Ja. Ich glaube ja, da weiß jemand über euch. Ich weiß es nicht. Du sagst jetzt nichts. Es tut mir sehr leid. Ich bin sehr verwirrt. Wie? What? Was? Ok. Und wieder was oben? Den muss ich erst mal googeln. Was ist denn was? Ach scheiße. Oh fuck. Lady Moon hat mich korrigiert. Ok. Ich habe bereits Fehler gemacht. Egal. Okay. Okay. Und wer ist das? Ähm. Wie ist das? Hä? Was? Keine Ahnung. Oh. Ich habe einen Verdacht, was bei dir angeht. Boah. Scheiße. Es ist ein Treffer von der Zechnung. Ähm. Hm. Ich kriege die Albträume von der Zechnung und ich gerade selbst mal eine. Hallo. Hi. Hi. Es tut mir super leid. Ich will nicht so malen, wie ich will. Oh Gott. Oh Gott. Moment. Der ist ja... Oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich denn das machen? Okay. Oh shit. Wer schreibt denn oder? Wer schreibt denn oder? Okay. Ich weiß nicht, wie ich das... Uff. Ich kenne die Person zwar nicht, aber okay. Oh Gott. Das ist ein ausgebotter Helm. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ja gar nicht mehr schockiert. Das ist alles schon... Oh Gott. So, wer ist denn jetzt schon fertig? Ich... 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 Oh Mann. Sehr gut. Ich habe das komplett minimalistisch gezeichnet, weil ich keine Ahnung was ich da machen soll. Ich meine jetzt erst fertig. Hm... Ich bin schon lange fertig. Naja, vielleicht erkennt das jemand. Naja, vielleicht erkennt das jemand. Naja, jetzt wird es gleich mit der Zeit. Ich bin dafür für Anlaufjahr. Ja, passt schon. Ich mal schon wieder zu viel. Da geht die Zeit runter. Ahhhh. Hey, 3K. Einmal noch, glaube ich. Einmal noch, glaube ich. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Wir warten. Und wir warten. Ich frag mich auch, ob das jemand Bestimmtes sein sollte, was ist das? Ach... Ach, das ist... Da hat jemand das... Ist sehr lustig. Eindeutig. Eindeutig. Doch. Das ist... Die Bilger hat man es auch gleich erkannt. Eindeutig. Es ist... Ja. Super. aber das ist nicht das aber ist aber keine ahnung ich habe es erkannt aber bitte was ich habe nicht erkannt das soll ich jetzt hier ein das ist aber nicht mehr jugendfrei muss zensieren gemacht oder sohn formen malen ist das nicht mehr fertig das geht mit ihr dass ihr werdet es sehen wenn ihr die auflösung seht was beziehungsweise es ist ja die letzte runde also kann ich ja eigentlich sagen was ich zeichnen muss oder nein das ist schon mal genau so lustiger wenn man später erfährt genau okay ich entschuldige mich dafür ist sie gerade mal jede entschuldigen mich offiziell ich mache jetzt das was ich sehe lese ich entschuldige mich wirklich aber man erkennt die qualitätsbeschreibungen daran dass sie mit anfangen höchstwahrscheinlich mein gott bin ich so dass diese zeichnung kein anderer kriegt ich meine qualitative minecraft zeichnung also alles nur aus blöcken pixel art pixel art ohne pixel art zu machen mit verschiedenen großen pixel art mit verschiedenen großen pixel sieht man jetzt anders aus es wird jetzt hier wirklich schlecht ich bin bei so vielen bildern gespannt was er der start war das muss jetzt hier zensiert werden wenn man schon sagen ja sieht aus wie ein nussknacker auf alle fälle also ich muss aber glaube ich du machst also ein nussknacker das mal so du machst also ein nussknacker hey keke grüß dich du bist du bist begeistert ob das kubismus talents mega oder ich würde auch sagen sie sind die sonderheitsüberschreibung meint genug die 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 für mich tier das fertig wobei ich glaube ich will ich nicht dass der bt den ton nehmen es kommt auf die farbe ja macht ihr noch eine runde ja ja ich kriege kein problem nur die ich weiß auch nicht was ich habe vergessen den sponsor vergessen irgendwas ganz andere sachen gemalt ich weiß auch nicht entschuldigt ich bin ich bin sehr 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 gespannt jetzt okay du bist wieder der anführer ja wir machen diesmal denn es ist eine kartoffel geht im standesamt easy der standesamt hat noch du weißt Kartoffeln! Ich hab's mal gekannt. Okay, die Kartoffel ist nicht lang geblieben, aber Standardsamt ist euch noch gemalt. Achso, ihr kennt Nibone. Ja. Nibone. Mit's Top Hat. Mit's Top Hat. Mein Lila Samarti mit Zylinder möchte ohne Partner heiraten. Wie schwierig es plötzlich geworden ist. Oh Gott. Was? Es war vielleicht, ich war verwirrt. Der sollte ein Smarties sein, deswegen hab ich kein Gesicht. Nichts von ansonsten gemalt in der Richtung. Das ist ein Doppel in die Kirche. Mein Freezer ist schrecklich. Bösewicht. Der soll noch Bösewicht, Dragon Ball stehen. Bösewicht, Dragon. Ah ja, okay, okay. Das wurde gedowngradet. Ja, das war's mit der Kartoffel. Ja, da wurde aus der Kartoffel würde, würde aus Noas Noas knuffige Kartoffel einfach Freezer. Okay. Wunderbar. Go, go, go. Warte geht's. Hallo. Oh Gott. Ah, Wahnsinn. Mario und Luigi mit einem Powerstern. Ich hab das Gefühl gehabt, Mario und Luigi kamen durch das vor. Der Powerstern hat Ja, dann mal ich ihn doch nicht so. Großen hat er ganz um dich gemacht. Ja, der Powerstern war nicht mehr ein Powerstern. Da, da hab ich nicht als Powerstern gesehen. Das hab ich nicht als Powerstern gesehen. Ja, das war klar, dass das dann... Okay. Das war für mich eindeutig, das war eindeutig für mich ein David Stern. Ja, weil die hat die schwarzen Linien weitergegen. Übrigens, Leute, Leute, bitte David Stern, der Judenstern ist was anderes. Ich hab mich mehrfach entschuldigt. Ach, du Schreck. Schösel hat sich einfach nur gedacht, äh, nein, der macht einfach die Koteletten extra lang. Geschickt. Ach, so. Ja. Okay. Oh, Mann, okay. Und schaut, um mich nicht. Das ist ausfahrt, ich könnte, das ist ausfahrt, ich hab das nicht gespielt, wie die Zacken sind. Ich hab nur gesehen, das Muster, okay, die Linie geht weiter, es ist kein Stern. Ja, Alter, definitiv mal nochmal in die Schule gehen. Okay. Ja. Macht aber nichts. Sehr schön. Peinlich, wir haben es im Internet, also stell... Ist schon ein Gespräch heute. Und wird im Discord auf ewig archiviert. Ja, genau, auf jeden Fall. Sehr schön. Go, go, go! Schauen wir mal, was Gaby so gemacht hat. Gaby hat sich ausgedacht, der Froschkönig spielt Schlagzeug. Oh, okay. Das ist gut angekommen. Das ist... Cool! Sehr schön. Das ist richtig cool. Ist ein Schlagzeuger. Nach der Froschkönig ist ein Schlagzeuger. Quack, die Dummung. Funktioniert. Ja, und das Grünchen ist auch dabei. Nein. Schwachmacher. Jawohl. Oh Gott, Kitty. Der blonde Hulk. Grüner Krüste. Oh, okay. Grüner Krüste. Grüner Krüste mit Schlagierner. Wow. Oh, das ist efferend. Oh, Twizzle. Wow. Das ist sogar erkennbar auch noch, ey. Aber ich weiß, was bei mir ankommt. Ihr könnt mir nicht sagen, dass auch neue Zeichnungen mit der Maus möglich sind. Easy. Oh, Schanchen. Oh, Mann. Kleine Krüner Krüste spielt Karten. Das ist eine gute Übersetzung, wenn man nicht weiß. Troy Flash. Troy Flash. Wie cool ist das geworden? Ja, sehr schön. Aber was für Schrecken die Reile sind, ey. Holla, die Waldweg. Mega, ey. So geil. Go, go, go. Schauen wir mal, was ich weggebracht habe. Oh, wei. Ufa, ist das. Link liegt auf einer Wiese und chillt. Ah. Ach so, chillt. Zelda so richtig. Definitiv nicht. Ja, damit es ist klar, dass das Link ist. Oh, Mann. Noah, auch perfekt, ey. Super spät. Jawohl. Ja, und da kommt die Parkbank. Genau. Und mir war dieses Später-Suche. Wie zur Hölle. Ach, muss aber selber. Das ist aber eine gute Interpretation, ja. Schön mit der Teckung drüber. Ja, bist du nicht mehr. Mit der Zeitung. Du bist der, du hast da nicht mehr eingefallen. Wie ist die da nebenstehend? Die ist so ihm zu link gekommen. Habt noch ein langes Schlaf. Ah, bin nicht wundervoll. Sehr gut. Ja, aber das passiert, wenn man lange schläft. Da kommt schon die Zähne zu ihm. Ja. Du rettest dich nicht. Das kann ja nicht sein. Das ist gut geworden. Und ich hab jetzt einfach mal ein bisschen getrollt. Und weiter. Go, go, go. Oh, Dragon hat getrollt. Go, go, go. Genau. Schauen wir doch mal, was der Dragon gemacht hat. Tiger und League, ich spiele mit einem blauen A. Ja. Oh, ich war verbirrt mit dem A. Tiger und League, das ist das vielleicht. Ich hab's erkannt, aber es ist oha. Ich glaube, ich hab's. Wer mir ist was anderes angekommen, ich hab's trotzdem erkannt. Inspiriert von dem roten B. Von dem roten B, genau. Oha. Oha. Oha, es ist wirklich oha, was danach noch auskommt. Ja, voll. Li und Tiger. Ja, wer ist. Ja. Die Farbe hat gefehlt, ne? No. Es ist ein rotes A, es ist rot geworden. Genau. Ja. Da kam es rot wieder dazu. Jetzt. Ja. Tiger und League. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich hab's erkannt. Tiger und League. Für die, ich fand's nice. Tiger und League. Red auch nicht schlecht. Alter, siehst du? Dann wurde es aus dem blauen A ein rotes A, aber das Tiger ist durchgekommen. Und das Tiger? Und das Tiger wurde Tiger am Ende, ja. Das ist auch schön. Nice, ey. Super wird, hä, guckt da nicht noch was? Ja, klar, so schreibt auch so. Was heißt ich, wie die Katzen heißen? Ja, das ist richtig. Das ist nicht unbedingt wichtig. Okay, Twizzler, was hat sich Twizzler ausgedacht? Go, go, go. Ein Schein und Tito. Da muss ich gucken. Das soll ich niemals angekommen. Okay, jetzt weiß ich nicht, was ich am Ende gezeichnet hab. Anton, Anton hab ich noch erkannt. Aber ich kenn mich nicht, ich hab auch nicht schon erkannt. Ich hab mir auch Scheinig. Ach so, Anton. Ach, das war Anton. Aus Anton wird Anton. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, weshalb ich am Ende ca. 10 Sekunden für meine Zeichnung gebraucht hab. Ja, minimalisiert. Anton. Ich hab mich gefragt, wer ist Anton? Ich bin nicht der Einzige, der sich nicht 100%... Das hab ich's bekommen. Das ist schön. Ich hab extra geguckt, wie ein Schein und Tito aussieht und dann hab ich versucht, dass er Wanda macht. Tja, war aber nix. Äh. Ja, keine Chance. So, go, go, go. Oh Mann, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Go, go, go. Schau mal noch, was die Jeanne sich ausgedacht hat. SpongeBob fängt versehlichter Deus. Oh, da bin ich mit Schuld. Ja, da hab ich was von... Ja, ja, ja. Ups. Ja, das B. Ja, ich hatte... Die Zeit hat mich verhindert am Ende. Nee, das ist alles... Das ist alles gut. Ich hab zwischenmord schon... Oh, okay. ...gemacht. Ich bin... Wieso hat Lena das B weggelassen? Ja, sie hat erkannt. Ja. Mit dem Netz ein. Wusste ich, was ich mit dem B anfallen soll? So sieht T ja auch nicht, deswegen. Deswegen hab ich weggelassen. Ach, meine Zeichnung. Schöne Albträume. Ja, ich hab mir gedacht, was zur Hölle hat er davon an der Hand? Und dachte er von... Taddeus von ich mein Kind. Taddeus von ich mein Kind. Taddeus von ich mein Kind ist und nicht Taddeus. Oh, damn. Oh, mein Gott. Schau ein Hoher. Wo ist der Hammer? Wo ist der Hammer? Oh, hab ich überlesen. Äh, passiert. Das sieht doch recht fantastisch aus. Oh, Mann. Sehr gut. Mich wundert, dass man meine Zeichnung doch relativ gut erkannt hat. Ja. Mich wundert, dass das meine erkannt wurde. Das ist alles gut gegangen. Ich hab nur Blankton mit Taddeus verwechselt, weil ich... Mängstens ist das Sponsum abgeblieben. Das war der Zeit, wo ich auch einmal gegoogelt hab, weil ich mir nicht sicher war, wer Taddeus war. Man muss dazu sagen, die grüne Farbe war vielleicht ein bisschen verwirrend. Ja, aber ich dachte, Taddeus, das ist tatsächlich... Taddeus ist doch auch grün, der ist doch auch grün. Ach so. Ja, der ist so türkis irgendwie, gell? Aber sehr, sehr cool. Okay, go, go, go. Schauen wir mal, was Lena sich ausgedacht hatte. Lena hat es sich ausgedacht. Kirby backt eine Geburtstagskunde. Das ist niemals... Nein, 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 weil jemand aus Kirby was anderes, aber voll geil gezeichnet. Und, und ich hab... Und ich hab bei mir sogar... Wie bitter, pinkes Buchmann geschrieben. Nein, komm mal drauf. Okay, seht ihr noch was? Bei mir ist alles weg. Ja. Ja. Ich hab nur Kirby backt eine Geburtstagskunde bei mir. Okay. Okay, schau mal. Ich seh grad nichts. Nicht Kirby. Wir schicken das auch noch. Genau, Speichern, es gibt uns schickst, schickst mir einfach im Discord. Die, diese, diese toten Augen. Vielleicht kannst du kurz... Gut gemaltes Pummelus. Twizzler hat's sehr schön gemalt. Gut, aber ich wollte mal Jingle-Professor. Gut, dass du nicht gemalt hast. Die muss das... Ah, jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Okay, jetzt kann ich nochmal schauen. Kirby backt eine Geburtstagskunde, jetzt kann ich auch einen Namen verziehen. Das erste Bild von Twizzler ist fantastisch. Die Pummelus sind nicht... Caro sagt, pinkes Pokémon macht. Okay, natürlich, da war die Zeit zu Ende wahrscheinlich, oder? Okay. Kommt die Pummelus. Pummelus draus. Pinkes Pokémon, das hätte auch noch... Das hätte auch noch... Das hätte auch noch... Das hätte auch irgendwo Naira sein können, also wirklich. Ja, und... Erkannt wegen dem ZZZ und wegen... Ditto sein können. Jan, what the fuck? Sucht ihr jetzt aus. What the fuck? So viele Möglichkeiten, den Pummelus. So geil. Oh Mann, ey, seid alles, ihr könntest so gut alle. Go, 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 schau, was ist Caro ausgelistet. Elbum von Caro. Ein Frosch hat dem anderen Frosch in den Schlüppi. Das ist nie angekommen. Ah, uuuh, hey, hey, hey. Red so gut. Red. Verbestigung. Das ist ein zu enger Badehose. Okay. Du wärst wollte wieder streamen. Sehr schön. Wie geil. Wie geil. Das sind extra die Linien, ja. Das sind... Oh, nice. Quark. Quark. Ja, aber das sind sie auch zu eng. Einer hat Krone. Und da ist die Krone getauscht. Okay. Ey, ich hatte keinen Platz oder Zeit mehr für Krone. Und da ist die Krone komplett weg. Sehr, sehr schön. Oha, jetzt bin ich gespannt, Leute. Super aus. Aber die Badehose ist geblieben mit den Farben. Ja. Das war ja am Anfang gar nicht. Haben sie durchgezogen. Ja. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Mann, ey. Nice, 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 nice. Sehr geil. Okay. Go, go, go. Zwergillis denkt, er sei so. Maya und Tigger ist Peach. Nein. Okay. Nein. Definitiv. Oh, sehr schön. Einer, super. Alles klar. Sehr schön. Mario und Katzenpeach. Ja, genau. Bei mir fehlt der Bart. Deswegen falle ich gleich raus. Wobei die blauen Augen... Äh, die blauen... Und da ist die Nacktschnecke. Mario mit Kat Peach. Mario mit Kat Peach. Oh, okay. Aber es ist ja kein Wort. Das erste Bild ist echt schön. Aber was ist da raus? Ach so. Hier ist die Mario. Ah, wahoo. Ja, bewundere ich die richtig heiße Prinzessin. Ich denke mir so. Mama Mia! So. Geil. Ähm. Der rattige Mario. Okay. It's me and you are hot. So. Ah, sehr gut. Flirt mit der Prinzessinpeach ist wunderbar. Na, schnitt. Na, schnitt. Na, schnitt. Na, schnitt. Na, schnitt. Na, schnitt. Der Blick von Peach. Sehr schön. Hahaha. Wunderbar. Alter Brat. Sehr gut. Alter Vater. Ich habe Johnny grüßt dich. Vielen, vielen Dank für deinen Raid mit 13 Leuten. Charmingmonster, schön, dass du mit reingekommen bist. Andi, hallo. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hab dir einen schönen Stream gehabt. Weil immerhin hab ich kein Peach gekannt. Jawohl. Johnny, schreib ein bisschen was. Erzähl ein bisschen, was du gemacht hast. Ich will wissen, was du getrieben hast. Wollen wir auch. Jawohl. Oh, Mann. Okay, jetzt muss ich erstmal speichern. Der Blick bei Karo. Das ist so geil. Das ist einfach so, wait, what? Oh, Noah left the game. Aber so geil. Aber ich fand die Wahoo, find ich auch klasse. Und schon sehr gut. Was mit Noah passiert? Dragons, Katze, Peach ist aber auch wirklich exzellent übrigens. Aber erkennbar. Ich hab extra versucht abzupausen, aber es ist nicht gelungen. Was bei Lena geschickt ist, dass sie das Mario-Kostüm gemacht hat, aber oben ein Elfe-List drauf. Das sind Details, die sind mit Noah ein bisschen entgangen, aber ich find's sehr schön. Ich hab den Bart gelegt. Jawohl. Okay, go, go, go. Schauen wir mal, was Noah sich ausgedacht hat. Ich glaub, Liss ist nicht lange geblieben. Das ist aber nicht angekommen. Nee, Liss kam nicht mehr an. Liss ist irgendwann irgendwie weg. Ja. Definitiv. Jawohl. Ich glaub, der Strand ist geblieben. Das ist megagut, ja. Jetzt hab ich zum Schluss gemalt. Ich glaub, der Mann ist auch nicht geblieben. Der Sonnenbrot sehr gut. Genau, ich hab das gekriegt. Da hab ich noch das hässlichste Bild gemalt. Ich hab das gekriegt. Ich hätt's auch einfach auf den Bauch legen können. Was ist mit mir los? Ich hätt's auch einfach auf den Bauch... Als ob... Das ist... Aua. Nichts gut. Ja, es ist... Was? Ich hätt auch einfach... Oh, das wird ne Frau. Ich hätt auch einfach mal... Oh, das wird ne Frau. Okay. Oh Gott, der Sonnbrot ist. Oha. Oha. Ich entschuldige mich für diese Zeichnung. Ich entschuldige mich für immer das. Ja, weiter. Go, go, go. Schauen wir mal, was Kitty gemacht hat. Ah, Zombie ist da. Ah, okay. Mir ist die Zeit dabei ausgegangen. Beim Scheiben. Ja. Passt. Ja. Oh, pass auf, wo wir halt Zombie. Mega nice. Sehr gut. So pass die Zombie einmal. Finde ich aber auch gut. Wege. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich Zonken schreiben, aber dann war... Ich weiß nicht. Oh, ja. Es geht im falschen Weg. Es geht im richtigen Weg. Auf dem falschen ist ein Alien. Okay. Okay. Und das hab ich bekommen. Weg 2. Aber du hast mit Hutmacher. Oder Green Ghost. Wie gut ist das denn? Okay. Geburtstag. Geburtstag? Interessant. Nicht Geburtstag. Geil, ey. Nicht Geburtstag. Geil, ey. Geil, ey. Versuch den Geist zu malen. Das, das sieht, das sah für mich aber 1 zu 1 aus wie dieser Frosch aus dem Tigerentenclub. Okay. So. Ja. Du gucken hast es. Wirード 궁 mam dann geschlbt an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017